Hallo! Ich habe heute ein besonderes Anliegen. Ich würde gerne euch das SBG vorstellen. Das ist ein Magazin, das unsere Kollegen von GBHL entwickelt haben. Und ich habe schon vorab ein Magazin bekommen von dem Damien. Vielen Dank dafür, Damien. Kurz ein Shoutout, geht gerne auf Englisch. Also ich muss sagen, es ist absolute Weltklasse. Wir haben hier 48 Seiten voll mit Hobby-Content. Klar, man muss Englisch können. Ich möchte ganz kurz einfach mal drüber scannen, was es gibt. Es gibt einen Hobby-Blog, es gibt ein Painting Masterclass, es gibt eine persönliche Geschichte von Damien, es gibt einen sehr interessanten Artikel von Tom, der uns sagt, wie teuer oder nicht teuer manche Einheiten sind. Kavallerie-Taktiken, sie haben ein eigenes Szenario geschrieben, dass sie auch gerne spielen und ein ganz großes Spielbericht. Und dann gibt es natürlich Event-Informationen dazu. Also ich muss sagen, ich darf es noch nicht zeigen, es wird ja erst am 10. Oktober, glaube ich, freigeschaltet. Aber ladet es euch auf jeden Fall runter. Und wenn ihr wie ich ein großer Liebhaber seid von so einem Magazin, dann auf jeden Fall 10 oder 13 Pfund überweisen, das ist es auf jeden Fall wert. Ich bin absolut begeistert. Ja, gut und jetzt noch a big shout out for the GPHL guys. Damien, Thomas, James and Jamie and everyone else. I think Kieran was as well. They're helping. Fantastic stuff. Thank you very much for that. And keep up the good work. And we will definitely support you here in German. Thank you and have a nice evening. Ciao.